ja hallo warum könnt ihr immer wieder auf die medizin umwerfen das ist doch unfair ich dachte dann muss eigentlich mal hochhelfen aber nö ich stehe einfach wieder auf äh nein erst im roten hp bereich ist das so boah ist das scheiße da kommt schon da da werden zufrieden kann ich bitte nochmal Boomer werden? Danke. Boomer ist das einzigst nützlich hier in diesem Bereich. Das kann ich vergessen, das ist Quicknicks. Oh, viel mit einer Coptax. Ich seh nicht vor allem. Ich muss schon das Freude mal heilen hier. Scheiße. Ja, klar. Du konntest mal entspannen, bevor du was zählst. Sicher. Ich bin echt weg. Ah, Scheiße. Ah, fuck. Scheiße. Gott, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Der ist fast geworden. Ja, jetzt kann ich's wollen, super. Ja. 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 ein wenn man so es gibt es nicht ja die zweite Runde ging an mich also ja die zweite von vier Runden insgesamt eine Runde endlich an mich herrlich was macht ihr wir spielen bitte bitte ja gut kann zurückbleiben wir haben es gleich du mal da kann ich auch nicht mehr als Sport kann oder nicht ja ich habe hier ganz schön eine Aufnahme und was naja auch nicht aber und wow zack ey bam re t t t t dr überwältigt da auch nicht gut das war scheiße das war Hellblingsmog ja klar, dann kann man nicht mehr weggeschoben werden das frisst mich gar nicht so jetzt geht's ab, huru! wieso spornt er sofort ohne dass ich den Fehlgebe? äh, hat er gerade bei mir auch gemacht ey, warum krieg ich nicht die heutige Rundschaft hier mit einer Kopfschmerzen, ich hab doch alle erwischt ich kann mir gar nicht den Spawnpots aussuchen, das spawnt sofort wie dumm ist das denn? nein, genau jetzt ist keiner bei mir natürlich ist sofort die Bots da und noch eine Zeit ja, Mann, okay oh, das geht ja gar nicht hallo, wer, wer ist denn? boah, ich sehe nichts! ich kann mir den Spawnpots nicht aufkommen ich kann mir den Spawnpots nicht aufkommen ich kann mir den Spawnpots nicht aufkommen wo ist denn, ich bin ja gar nicht da hat klar mit dem ja auch nicht mehr ja der Wiener die Wiener geführt und er war fertig Neuenskunde alle auch ein Scherz vorgesehen war scheiße habe ich nicht er hat Prozent Prozent aber auch wenn er nicht in der Oberbürgermeistern GmbH nur ein Wettbewerber in diesem Bereich hilft und er hat vor Ort ja auch ja ich wollte eigentlich dich erlösen naja das wird unentschieden haben sie jetzt schon ich bin und wir haben die Hälfte durch dort haben wir ja so lange ich kann mich auch nicht auf jemanden konzentrieren naja in der ja ja F**k es! Die FWCs laufen einfach weg und helfen mir nicht! Ah! Ich bin mir nicht gefaht ey! Die Nullwes! Boah, das mach! Mach die Scheiße Luke auf! Yeah, Luke geht auf! Ja, und noch langsamer! Wow, Zombies! Scheiß die hier ey! Ja, ja! Hast du die Zufall in der Stadtposition? Jawoll! 2 zu 0! 2 zu 2, meine ich! Wenn auch unterstehen! Weder! Es kommt also, wir sind beide relativ gleich gut, wie man sieht, aber es kommt immer auf die Situation an, in welcher Map, welches Spawnmöglichkeiten man hat und so, weil das ist alles wichtig, wie man sieht. Deswegen, war doch ganz lustig! Den, 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 den runter! Du wahrscheinlich, weil du... Jaaaaah! Jaaaaaah! Jaaaaah! Mike Siebert gewann... Haha! Ja gut, jetzt ist klar! Ja gut, äh... Leute, ich sag's nicht gerne, aber, äh... das war's auch schon, ach mit der ersten Folge von Temple Monster vs. Deathbone 2048 oder auch Deathbone 2048 vs. Temple Monster! So, und noch eine kleine Info zum Schluss. Die nächsten Dead Space Parts werden noch ein bisschen dauern, denn ich muss morgen, übermorgen, überübermorgen und überüberübermorgen und über... Ja, ich muss eine Menge arbeiten. Von daher, ja, man sieht sich dann in einigen Tagen. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.